Also herzlich willkommen zum Melodie-Baukasten Nummer 17, der erste im Jahr 2022. Herzlich willkommen Jonas, schön, dass du da bist. Hallo Gabriel, schön wieder hier zu sein in diesem Jahr. Genau, wir starten gleich mit etwas ganz Spannendes, nämlich Bach statt Krach. Wir haben ein ganz großartiges Projekt dieses Jahr vor, ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Jonas, erklär mal, was haben wir mit Bach statt Krach vor? Ja, hier hinten sieht man es ja auch schon. Famptnil beschreibt das eigentlich ganz gut. Man hat ein Kind, man hat eine Audanica und wir haben Bach statt Krach. Wir haben im Hintergrund, das heißt nicht verraten. Oh, ja richtig, Mensch, das ist dem detailverliebten Auge natürlich auch sofort aufgefallen, dass das der Kronleuchter des Theaters Arnstadt ist, das Theater im Schlossgarten. Ganz tolles Theater und dort wird ein Kind der Komponist sein oder mehrere Kinder, die Komponisten sein, dessen, was dort am 10.07. aufgeführt wird. Am 10. Juli steht nämlich das Thüringer Bach-Kollegium, das ist ein Profi-Ensemble, steht dann auf der Bühne und präsentiert die Werke der Kinder, die von den Kindern durch uns in den Workshops komponiert wurden. Genau, also das heißt, wir machen Kinder zu Komponisten, Kinder komponieren, dann finden wir Profis oder Arrangeure, die aus diesen Kompositionen, die die Kinder mit der Audanica komponieren, eben Sätze für Kammerorchester spielen. Das ist Schritt Nummer zwei. Und der dritte Schritt ist dann, dass das Thüringer Bach-Kollegium diese Werke der Kinder auf der Theaterbühne in Arnstadt präsentieren wird und die Kinder werden ihre eigenen Kompositionen hören, wie große Komponisten, die dann ihre Kompositionen mit einmal auf der Bühne gesehen. Achso, das können wir beide zu zweit alleine. Nein, das können wir natürlich nicht. Wir haben verschiedene Unterstützer und zwar erstmal haben wir zwei Thüringer Grundschulen, die zusammen mit uns diese Workshops, die Audanica-Workshops, Audanica-Kompositions-Workshops durchführen. Und der zweite Schritt, habe ich gesagt, wir brauchen Arrangeure. Das heißt, wenn ihr Komponisten seid oder Komponisten kennt, die viel Erfahrung haben und die in der Lage sind, aus einer Melodie und einer Akkordfolge schöne Kammerorchester-Sätze zu schreiben, dann meldet euch bei uns, weil wir brauchen euch als Paten für die Kinder, dass die professionelle Begleitung kriegen, auf ihrem Weg Komponist zu werden. Jonas, jetzt werden natürlich viele Zuschauer sich fragen, wie wir auf die Idee gekommen sind, ein Projekt zu machen, was Bach statt Krach heißt. Also erstmal, warum Bach und warum nicht Krach und ja, genau, erzähl mal dazu was. Das ist eine verdammt gute Frage, weil wer denkt sich denn sowas aus? Bach statt Krach. Die Frage ist, wie wir überhaupt auf diesen Titel gekommen sind. Da war ich also bei einem Bach-Konzert und zwar von dem Felix Reuter. Der hat ein Konzert in der Liebfrauenkirche in Arnstadt gegeben und dort habe ich die Alexandra Lehmann getroffen, die ist die Organisatorin vom Bach-Festival. Und die hat meine Videos auf TikTok gesehen. Ich habe da mal so witzige Videos gemacht, wie zum Beispiel, guck mal, das ist ein Handspannmesser, da kann ich meine Handspanne messen und ich kann sie mit Bach vergleichen und dann verliert jeder den Vergleich. Bach war ja so ein Typ, der konnte ganz viel auf dem Klavier gleichzeitig spielen, weil er so Riesenhände hatte. Genau, also schaut unbedingt mal auf unserem TikTok-Kanal dabei. Das Video hat inzwischen fast 150.000 Aufrufe. Genau, davon hat Jonas gerade erzählt. Genau, da habe ich jedenfalls die Alexandra Lehmann getroffen. Sie hat mich angesprochen, hey, die kenne ich doch von TikTok. Und ich dachte so, uh, interessant, das guckt sogar jemand. Und sie hat gesagt, hey, diese Audanica, das ist ja eigentlich eine coole Idee. Wollt ihr nicht mal irgendwie mit Profis zusammen auf eine Bühne kommen und wie Bach werden? Und ich habe gesagt, hey, da drüber werde ich mal beten. Und dann haben wir drüber gebetet und dann ist uns die Idee gekommen, wir lassen Kinder zu Komponisten werden. Wir lassen Kinder zu Johann Sebastian Bach werden, indem wir quasi das Smartphone, was viele Kinder ja sowieso schon alltäglich verwenden, nicht zu egoistischen Zwecken nutzen, sich von anderen abzukapseln und vielleicht irgendwo zu Krach führt. Hey, du störst mich gerade beim das und das machen auf dem Handy. Sondern das Handy soll zu Bach führen. Wir drehen es 90 Grad und wir lassen die Kinder auf digitalen Geräten komponieren und miteinander musizieren und so ins Gespräch kommen und so zu Hause auch am Schreibtisch wachsen und gedeihen, anstatt Krach zu erzeugen. Ja, ich glaube, das ist eine super Idee. Ihr habt ja vielleicht auch die anderen Podcasts von uns gesehen und da zeigen wir ja, wie man sich dem Thema Komposition, vor allem Melodie und Harmonie-Komposition, über die Audanica nähern kann. Und dieses Potenzial wollen wir eben ausschöpfen, dass wir sagen, wir haben jetzt eine ganz neue Möglichkeit, Kindern Grundlagen der Komposition beizubringen. Und was vorher nie ging. Und das wollen wir jetzt machen. Also Kinder werden Komponisten. Genau, damit sind wir beim Bach. Ganz natürlich auch ganz wichtig, Bach statt Arnstadt. In Arnstadt hatte Johann Sebastian Bach seine erste Organistenstelle und er hat dort gewirkt. Und wir wollen in dieses Erbe auch ein Stück rein. Natürlich sind wir keine Komponisten wie Johann Sebastian Bach selber, aber diese Idee und die Freude am Komponieren, ich glaube, die können wir auch Menschen vermitteln. Und auch damit ganz im Sinne von Johann Sebastian Bach eben handeln. Genau. Das zweite Thema, was jetzt in unserem Titel drin steckt, ist Krach. Ja, du hast jetzt vom Schulhof geredet. Vielleicht sollten wir da auch mal den Markus Sommerer erwähnen und vielleicht auch die Musikstiftung Barbara Reidinger. Die haben uns ja so ein bisschen auf das Krach-Thema gebracht. Und die nennen das nicht Krach, sondern Gewaltprävention. Magst du vielleicht dazu was sagen? Ja, da sind wir ganz gesegnet. Wir haben ja letztes Jahr die Gemeinsamkeit festgestellt, dass wir was für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder machen wollen in diesen Workshops. Und die Barbara Reidinger Stiftung, die ist darauf spezialisiert, durch Musik Gewaltprävention zu betreiben. Und der Dr. Markus Sommerer, der hat ganz viele Workshops schon durchgeführt mit Trommeln damals, wo es um Gewaltprävention mit Musik geht. Trommelpower heißt das Projekt übrigens, falls dich jemand dafür interessiert. Also geht es um Gewaltprävention und Musik durch eben Trommeln. Und wir sind mit dem ins Gespräch gekommen, sowohl mit Markus als auch mit der Stiftung. Und letztlich haben sie sich dafür entschieden, gemeinsam, hey, wir machen jetzt das ein Jahr gemeinsam. Der Dr. Markus Sommerer, der wird an der Audanica viele Forschungen erstellen. Forschen, wo kann man das Instrument zur Gewaltprävention einsetzen und uns beratend auch in diesem Projekt begleiten. Genau, darüber sind wir auch sehr glücklich. Und der Dr. Markus Sommerer, der wird das machen im Rahmen eines Gipendiums, was eben durch die Musikstiftung Barbara Weidinger kommt. Und er wird das im Rahmen der Hochschule für Musik in Nürnberg machen. Das heißt, wir sind da auch ganz professionell an einer Hochschule angebunden, was für uns auch gerade als Menschen, die jetzt musikalische Laien sind, total wertvoll ist, eben mit echten Profis auf allen Ebenen zusammenzuarbeiten. Aktuell haben wir ca. 30 Kinder, die da mitmachen. Und wenn du Komponist bist und die Patenschaft für eins dieser Kinder übernehmen möchtest, dann melde dich gerne bei uns. Genau, du darfst dann die Akkorde und die Melodien, die die Kinder komponieren, eben aussetzen als Orchestersatz. Und du darfst natürlich dem Kind auch Feedback geben. Wir wollen das in mehreren Iterationen machen. Da werde ich gleich nochmal kurz dazu kommen. Das heißt, es wird mehrere Stufen geben, wo die Kinder erstmal eine Grobstruktur komponieren und dann immer mehr ins Detail gehen. Und wenn du dann dem Kind Feedback gibst und sagst, okay, wie kannst du vielleicht Sachen noch besser machen, werden wir super dankbar. Also, wie gesagt, wenn du Komponist bist oder Komponistin, melde dich bei uns. Genau, die entsprechende URL und die Kontaktdaten findest du in den Kommentaren zu unserem Podcast. Genau. Und dann möchte ich euch auch einladen, die nächsten Podcasts mitzuhören. Da werden wir ganz konkret unsere Schritte zeigen, wie wir die Kinder zu Komponisten machen. Genau, du hattest gerade schon von Zyklus gesprochen. Genau, da verraten wir noch nicht so viel. Wir werden es in mehreren Iterationen machen, in mehreren Schritten. Und im nächsten Podcast geht es dann gleich mit dem ersten Schritt, mit der ersten Iteration los. Und da freuen wir uns schon auf euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.